Nein, da war ich noch nicht. Ich gehe jetzt mal rein. Und jetzt gucke ich erst mal nach. Minitens etwas. Gut. Das ist jetzt ganz wichtig, weil da setze ich jetzt mal auf die Null. Hier muss ich aufpassen, weil ich mitnehme. Hier bin ich so zübiv voll. Hier auch. Da muss ich dann im Endeffekt ausfiltern. Ja. Brauche ich gar nicht überlegen. Kommt weg. Gut. Schon wieder zwei Waffen. So, jetzt muss ich meine Waffe allerdings auch zücken. Gut aufgestellt von der Kondition und von der Gesundheit bin ich eigentlich nicht, weil... Ich habe ja hier mit kleinen Problemen zu tun, wie ihr gesehen habt. Und ich muss damit erst mal... Ich hoffe, ich kriege das hin. Gegen den Endgegner hier drinnen. Und jetzt kann ich mal gucken. Jetzt kann ich mal gucken. Habe ich hier irgendetwas? Super. Das ist doch schon mal etwas. Ich nehme mir jetzt schon Maffen mit. Ehrlich. Und dann bin ich hier, ehrlich gesagt, voll. Ach, Mensch. Ich muss nachher definitiv was loswerden. Und dann... Ähm... Ja, zum Beispiel die Sachen hier, die am wenigsten... Nein. Du kommst jetzt mal da rein. Du genauso. Die eigentlich kein Geld bringen. Oder hier, das ist ja noch billiger hier. Also wirklich. Das geht ja noch einigermaßen. Das hält sich alles noch so ein bisschen in Grenzen. Um ehrlich zu sein. Das kann auch weg hier. Das tut teilweise schon weh, wenn ich das jetzt so sehe. Danke. Okay, die fetten haben wir los. Einen Heidrank habe ich auch bekommen. So, bevor der hier irgendetwas anstellen konnte. Ah, Glück gehabt. Heidrank? Nö, aber... Ist okay. Ähm... Vielleicht ist ja eine Truhe... Was ist denn die Truhe? Keine Truhe? Erstmal hier. Okay. Andere Richtung. Sag mal, wo holt ihr denn die Meilen? Ähm... Da. Okay. Im Moment stehe ich ganz gut da. Eine Marrete. Ja, ich muss schauen, was ich nachher los werde. Ich werde definitiv einiges bekommen. Hallo. Mann. Das macht es mir echt merkwürdig. So. Das soll da nicht sein hier. Also... Ja, hallo. Da. So. 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 Ich habe jetzt ehrlich gesagt... ganz vergessen, auf meine Heilkräfte zu achten. Ich muss jetzt wirklich darauf achten, dass ich hier die Null, die Null, die Null, Mensch! Den Heidrang, den ich bekommen habe, dass ich den gleich dafür verwenden kann. Okay. Muss ich mir nicht nochmal antun. Ich bin immer noch vergiftet. Aber ich will diese Plakette haben, dann gehe ich erstmal zurück, werde erzeuglos werden, dann gucke ich mal nochmal, dass ich Anubis treffe. Okay. Wenn ich das jetzt so sehe und das jetzt so betrachte, wird mir ehrlich gesagt ein bisschen schlecht. Gut. Alles unter 4 fliegt raus. Ja, komm. Das auch. Schau mal. Das Ding hier. Das ist echt der letzte Schrott. Okay. Okay. So. Ist das die geiler Halle? Ist das die geiler Halle? Haben wir das ja auch schon erledigt. Gut. Die nehmen wir jetzt noch mit. Okay. Okay. So. Da. Mann, du blöde. Sorry. Du musst gerade aufpassen, dass ich nicht gleich beleidigen werde hier. Andere Richtung. Mann. Mann. Meine Fresse, ist die doof. Oh. Ähm. Okay. wir haben hier eine waffe und wir haben einen schuh in der handschuh ob man den brauchen muss ich nicht jetzt muss ich mal kurz hier gucken oh gott das tut doch weh genauso wie